Das Bergbaumuseum Oelsnitz-Erzgebirge bleibt in der Zeit vom 7. Januar 2019 bis 24. April 2020 aufgrund von Sanierungs- und Umbauarbeiten geschlossen. Das teilte das Landratsamt Erzgebirgskreis mit. Nach mehr als 35 Jahren Museumsbetrieb sei eine Sanierung und Erneuerung der Gebäude samt der darin befindlichen Ausstellungen dringend erforderlich. Mit erheblichen finanziellen Aufwand werden die Gebäude sowie der markante und landschaftsprägende Förderturm unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten achtsam restauriert. Nur so können die Anlagen langfristig in ihrer Authentizität erhalten werden, um den folgenden Generationen den Montanzweig des sächsischen Steinkohlebergbaus lebendig und anschaulich zu vermitteln. Trotz der Schließung hält das Museumsteam 2019 ein attraktives Veranstaltungsprogramm bereit. Im Rahmen der 4. Sächsischen Landesausstellung wird mit dem Titel Schauplatz Kohle die neue Ausstellung eröffnet.